Hallo, in diesem Video könnt ihr die Beispiele, die ich angebe, selbstständig lösen und anschließend zeige ich euch die Lösung. Beginnen wir mit dem ersten Beispiel. Mit Wellhackzahl wurde hier gekürzt oder erweitert. Woran meinst du das zu erkennen? Notiere deine Antwort in einem Satz. Falls ihr die Aufgabe schon selbstständig lösen könnt, dann drückt jetzt auf Stopp. Und hier kommt meine Lösung. Zuerst habe ich mir die Antwort überlegt. Beim Erweitern verfeinere ich die Aufteilung. Dadurch werden die Zahlen im Nenner und im Zähler größer. Und beim Kürzen ist es umgekehrt. Die Zahlen im Nenner und im Zähler werden kleiner. Im nächsten Schritt habe ich mir betrachtet, bei welchen Aufgaben die Zahlen im Nenner und im Zähler größer oder kleiner werden. Hier einmal 12 Achtzehntel soll zwei Drittel sein. Hier werden die Zahlen eindeutig kleiner. Dadurch erkenne ich sofort, hier wurde gekürzt. Jetzt stellt sich noch die Frage, durch welche Zahl gekürzt wurden ist. Dazu müssen wir uns nur überlegen, durch welche Zahl muss ich 12 und 18 dividieren, um auf 2 und 3 zu kommen. Ich habe hier durch die Zahl 6 gekürzt. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. Wir haben hier 21 Achtundzwanzigstel sollen gleich 3 Viertel sein. Hier werden Nenner und Zähler ebenfalls wieder kleiner. Das bedeutet, es wird wieder gekürzt. Doch durch welche Zahl wird hier gekürzt? Hier müssen wir uns auch wieder überlegen, durch welche Zahl wurde gekürzt, um von 21 auf 3 zu kommen und von 28 auf 4. Die Antwort lautet 7. Es wurde durch die Zahl 7 gekürzt. Schauen wir uns das nächste Beispiel an. 7 Zehntel sollen 21 Dreißigstel sein. Hier wurde die Aufteilung verfeinert. Also die Zahlen im Nenner und im Zähler sind größer, also wurde hier erweitert. Mit welcher Zahl wurde hier erweitert? Hier müssen wir uns nur überlegen, mit was muss ich 7 und 10 multiplizieren, um auf 21 und 30 zu kommen. Das Ergebnis ist 3. Und das letzte Beispiel noch. Hier haben wir 3 Siebte und diese 3 Siebte sollen auch 27 Dreißigstel sein. Man kann hier wieder gut erkennen, dass die Zahlen im Nenner und Zähler größer werden. Das bedeutet, es wurde wieder erweitert. Mit welcher Zahl wurde erweitert? Dazu müssen wir uns wieder überlegen, mit was muss ich 3 und 7 multiplizieren, um auf 27 und 63 zu kommen. Die richtige Antwort ist 9. Unsere tief sind. Und das bedeutet, es wird zuменよう wurde. Servus war ein ganzes Ged생es. Und das urgency ist für die Kenespr�at.